Hallo, ich bin Susi. Heute erkläre ich euch den Aufbau und die Funktion der Haut. Wir werden uns die einzelnen Schichten der Haut anschauen und auf ihre Funktionen eingehen. Am Schluss werde ich noch einmal das Wichtigste für dich zusammenfassen und ein kleines Resümee ziehen. Doch zur Einstimmung erst ein paar Fakten über unsere Haut. Die Haut ist das größte menschliche Organ mit durchschnittlich 2 Quadratmetern. Sie nimmt ca. 16% unseres Körpergewichts ein. Und sie regeneriert sich bei Schädigung oder Krankheit innerhalb von 4 bis 8 Wochen. Nun lasst uns einen Blick auf unsere Haut werfen. Wie eine Zwiebel besteht unsere Haut aus zahlreichen Schichten. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung zu Hause!